Ich bin Olga Essiner, erster Solo-Tänzerin des Wiener Staatssockenballetts. Ich bin Jakob Feifelik und ich bin ebenfalls erster Solo-Tänzer des Wiener Staatsballetts. Mein Name ist Kirill Kobatschenko, ich bin Geiger im Orchester der Wiener Staatsoper und der Wiener Philharmoniker und habe heute am Abend mit meinem Projekt Blatt von Count Carina das Stück Beethoven Reflected vorbereitet und freue mich auf diese wunderbare Eröffnung, auf die wunderbare Weihnachten. Musik Wir laden alle Gäste zu der Eröffnung ein und wünschen Ihnen eine raschende Weihnacht und viel Spaß! Musik 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 Musik